Hallo und Willkommen vom Kinderspielplatz beim Haus des Meeres, das haben wir uns heute gerade angesehen. Jetzt ist die Sonne rausgekommen, deswegen machen wir auch gleich hier den Spielplatztest. Hinter mir seht ihr jetzt das ganz tolle, coole Piratenboot. Hinter mir ist jetzt auch noch eine Ritterburg mit Rutsche, mit Klettergestell, alles drum und dran. Für sportbegeisterte Eltern ist auch noch ein Spielplatz hier. Hier kann man klettern gehen, am Flaggturm, wer es noch nicht weiß. Wir schauen uns das jetzt genauer an. Ich muss jetzt zur Tinka mit ihr spielen gehen und ich verrate euch dann, wie es uns gefallen hat. Ciao!